Hallo an alle vorm Bildschirm. Ich bin Silke Focken, seit einem Jahr Inhaberin des Bücherwurms im Mangli-Viertel. Meine Frage an euch ist, wusstet ihr schon, dass der Bücherwurm neben den vielen Kinderbüchern auch ganz viele Erwachsenenbücher hat? Wir haben eine große Auswahl hier schon vor Ort und können aber auch natürlich jedes Buch von heute auf morgen, sofern es lieferbar ist, besorgen. Ja, gerade die Zeit im Moment macht es uns irgendwie bewusster, wie wichtig der persönliche Kontakt ist und dazu gehört eben auch der Kontakt zwischen euch und uns hier im Laden und die individuelle Beratung und das Geschäft, in dem ihr einfach stöbern könnt. Ja, egal ob es Romane sind, Fachbücher, Schulbücher, Sachbücher, wie gesagt, also unser Shop hat 10 Millionen Titel, die wir von heute auf morgen besorgen können. Ihr erreicht uns über Telefon, Mail, WhatsApp, Instagram, Facebook und natürlich über unseren Shop. Und ja, an dieser Stelle möchten wir uns auch ganz, ganz herzlich bei unseren vielen Kunden und Kundinnen bedanken, die uns durch das letzte Jahr getragen haben. Ihr seid und wart einfach großartig und ja, und dürfen wir dich heute auch mit Lesefutter versorgen. Wir würden uns darauf freuen. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020